Moin zusammen, herzlich willkommen zu dem kleinen Video. Ich bin jetzt gerade mit dem Mapping-Stream fertig geworden und ja, wollte euch einfach nur nochmal ein kleines Update geben, jetzt auch für die Leute, die vielleicht nicht jeden Tag in den Mapping-Streams reingucken können. Werde ja doch dann etwas später sind, jetzt haben wir 1.02 Uhr, um 11 Uhr haben wir angefangen circa. Drei neue Dinge haben wir gemacht, die stelle ich euch jetzt gleich vor. Es ist ein Livestream-Ausschnitt, also bitte nicht wundern. Und ja, vielleicht gefällt es euch. Drei Sachen waren es. Einmal die Feuerwehr ist mit dabei in Los Diablos, dann einmal die Quelle in Lakeside und einmal Autobahn-Zufahrt Lakeside, der Gefrierschrank. Ich glaube, es sieht ganz geil aus, hat ein bisschen Zeit gekostet, war aber auch spaßig mit euch im Stream. Deswegen nochmal danke für den tollen Support auf jeden Fall und lasst auch gerne hier ein Like da. Und wer genauso hyped ist, wie ich auf die 5.0 und alle Infos haben möchte, hier auch aus dem Development-Bereich, einfach ein Abo da lassen, Glocke an, das kostet euch nichts. Könnt ihr jederzeit wieder rausnehmen. Und in diesem Sinne viel Spaß gleich mit dem Ausschnitt. So, also folgendes haben wir gemacht in diesem wunderschönen Livestream von heute, vom 10.8. Einmal den Gefrierschrank, das ist jetzt der hier, ne, soweit. Eigentlich, ja, recht simpel, aber trotzdem ganz geil auch mit den Zufahrten hier, finde ich, ne, auch gar nicht so viele Objekte verbraucht. Dann natürlich ein bisschen Deko gemacht. Ja, innen drin, das lasse ich ja alles frei, weil, ne, weißt du selber, lasse ich jetzt erstmal einfach ein bisschen frei. Brauchen wir, denke ich nicht. Schill kommt wahrscheinlich dann hier außen irgendwo hin, dass man da verarbeiten kann. Also wieder von der Quelle zum Gefrierschrank und dann verarbeiten, ne. Ja, so, dann haben wir folgendes, äh, die Quelle selbst, die ist dann natürlich ja auch bei Lakeside, ne. Ähm, ja, da sammelst du halt hier mitten im Ghetto, mitten im Slum, sammelst du dann natürlich deine Wasserflaschen wieder ein. Hier wird es natürlich ziemlich voll sein, wenn, ähm, Serverstart ist, ne. Und, äh, Nummer 3, was wir heute noch gemacht haben, ist die, äh, Feuerwehrstation. Hier kommt natürlich dann nur Asphalt hin, das ist klar. Sicher auch nur der ein oder andere Dekoartikel, aber jetzt erstmal fürs Erste wieder das Gebäude von Aramgil genommen, weil ich find's geil, mir gefällt's halt immer noch sehr, sehr geil. Ich find das super, vor allem Platz ohne Ende, ne, ist halt mega. Äh, hier drüben, jetzt hab ich wieder Käfer auf der Hand, wunderbar. Hier drüben kommen natürlich die Gebüsche nochmal weg, ne bessere Bepflanzung, wie gesagt, Parkett, ne, also Asphalt, ne. Dann passt das soweit, ne, und dann wird das hier noch vernünftig in Stadtbild integriert. Aber so fürs Erste, um erstmal eine Position zu haben, ähm, passt das, glaub ich, erstmal. Hier kommen dann auch noch Blümchen rein, auf jeden Fall jede Menge. Und hier nochmal eine kleine Raucherecke. Und da wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen, äh, verbessert werden. Also, keine Ahnung, noch ein Grillplatz oder irgendwie so ein paar Feldwege oder so. Das werden wir dann sehen. Richtig geil, find ich allerdings jetzt wirklich Quelle und Gefrierschrank. Also, sehen wirklich mega nice aus. Wo waren sie denn? Hier vorne. Hier, genau. Also, Quelle find ich richtig nice. Sieht richtig schön detailliert aus, auch mit dem Dreck am Boden, find ich nice. Und dann der Gefrierschrank natürlich. Der ist ja auch wieder in Lauf und in kurzer Fahrdistanzweite erreichbar. Hier kommt natürlich ein Bäumchen rein, ne, damit das hier nochmal schön aussieht. Das kann ich leider jetzt hier im Editor nicht machen. Und ansonsten, denke ich, wird noch ein bisschen mehr bewaldet außenrum. So ein bisschen mehr. Also, nicht so wie jetzt hier oben, so ganz dicht. Oder wie, keine Ahnung, hier hinten. Das ist zu dicht, aber ein bisschen mehr. Und dann hat man hier eigentlich einen schönen POI, würde ich sagen, ne? Wunderbar. So, ihr Lieben, danke nochmal fürs Zugucken. Äh, hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwie noch spezielle Vorschläge habt oder irgendwas. Oder euch nochmal was ganz Spezielles wünschen würdet. Gerne auch jederzeit Fragen stellen. Die beantworten wir natürlich auch gerne hier in der Kommentarsektion. Damit halt jeder, der vielleicht eine ähnliche Frage hat, dann auch gleich eine Antwort bekommt. Und ansonsten, wir sehen uns wieder um 20 Uhr live auf Twitch. Außer Samstag, ne? Da hab ich frei. Und ansonsten, wie ihr sagt, bis später. Tschüss.